Hallo zusammen, Sebastian hier von TC Tech und wie Samsung vor einigen Stunden bekannt gab, hat das Unternehmen einen Verkaufsstopp für das Galaxy Note 7 erlassen und auch eine Rückrufaktion gestartet für alle Geräte, die bisher verkauft wurden. Was ist passiert? Ganz einfach, Samsung hat das Note 7 vor einigen Wochen auf den Markt gebracht, in der Zwischenzeit 2,5 Millionen Geräte verkauft und mittlerweile gab es schon 31 Fälle, bei denen das Note 7 während des Ladevorgangs entweder Feuer gefangen hat oder sogar explodiert ist. Samsung geht aktuell davon aus, dass 24 von einer Million verkauften Geräten von diesem Problem betroffen sind, das heißt insgesamt sollten es unter 100 Geräte sein, aber es scheint auch so, als ob Samsung nicht wirklich wüsste, welche Geräte jetzt genau diese Batteriezellen haben, die einen Defekt aufweisen, das heißt man kann das Note 7 jetzt nicht mehr kaufen und alle Kunden, die bisher schon ein Note 7 haben, werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen und Wochen angeschrieben, um ein Austauschgerät zu erhalten. Es ist natürlich ein Riesenproblem, was auch so eigentlich noch nie da gewesen ist, dass ein Hersteller vor allem von einem so großen Smartphone, was die Verkaufszahlen wie das Note 7 angeht, einen kompletten Verkaufsstopp erlässt und auch wahrscheinlich alle Geräte zurückrufen muss. Natürlich ist es von Samsung erstmal eine gute Aktion, weil es zeigt, dass die Sicherheit der Kunden in erster Linie steht und das Wichtigste ist, aber es ist natürlich für Samsung auch ein Riesenproblem, weil sich das Unternehmen erst jetzt in den letzten Monaten wirklich erholen konnte von schlechten Verkaufszahlen. Das Galaxy S7 war ein großer Erfolg und jetzt das Note 7 von den Verkaufszahlen, sowie jetzt auch von den ersten Verkaufszahlen in den letzten Wochen ebenfalls. Und jetzt muss Samsung alle Geräte zurückrufen und sogar den Verkauf stoppen, was natürlich sozusagen der Super-GAU für das Unternehmen ist. Allerdings, wie gesagt, ist natürlich das Wichtigste, dass keine Menschen verletzt werden durch diese Probleme oder dann eventuell sogar Häuser abbrennen, wenn man zum Beispiel das Note 7 auf dem Bett laden lässt. Was können Kunden machen, die jetzt schon ein Note 7 gekauft haben? Im Endeffekt eigentlich nur auf eine Nachricht von Samsung warten und eventuell vorsichtiger sein beim Laden des Smartphones. Wie gesagt, die es vielleicht nicht mehr unbedingt aufs Bett legen, sondern eher auf eine Arbeitsfläche oder auf Steinen irgendwie, dass eben zumindest dann, falls das Gerät irgendwie Feuer fangen sollte, es nicht auch noch gleichzeitig dann die ganze Wohnung abfackelt. Wie gesagt, eine schwierige Situation, zu der wir auch nicht wirklich mehr Informationen bisher haben. Es wird spannend sein zu sehen, wie Samsung mit dieser Situation umgeht, ob wirklich alle 2,5 Millionen Geräte in den kommenden Wochen ausgetauscht werden. Das würde auf jeden Fall bedeuten, dass wahrscheinlich in den nächsten Wochen überhaupt kein Note 7 mehr verkauft werden können, weil diese ganzen Geräte, die dann erstmal für den Austausch benötigt werden, natürlich dann erstmal produziert werden müssen. Wie gesagt, eine sehr schwierige Situation. Wenn ihr euch ein Note 7 kaufen möchtet oder das wolltet, bevor jetzt diese Informationen rauskamen, dann kann es, wie gesagt, einige Wochen dauern, bis es wieder im Handel verfügbar sein wird. Mich würde auch dazu interessieren, ob ihr geplant hattet, ein Note 7 zu kaufen und ob diese Akkuprobleme nun eure Entscheidungen in irgendeiner Art beeinflussen und ob Samsung vielleicht diese Probleme hätte kommen sehen müssen oder besser testen müssen, damit diese Geräte gar nicht erst verschickt wurden. Wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema. Ich hatte mit dem Samsung Kundenservice bisher nur eigentlich wirklich schlechte Erfahrungen und natürlich spricht dieser Fall wieder nicht wirklich für Samsung und ich bin sehr gespannt, wie lange dies wirklich dauern wird und es kann natürlich auch sehr gut sein, dass dieser Fall nun Apple sehr gut in die Karten spielt mit dem iPhone 7 Launch, der jetzt sehr nah vor der Tür steht. Könnten natürlich viele potenzielle Kunden auch sagen, okay, Samsung ist mir aktuell nicht sicher genug, was eben diese Brandgefahr angeht. Ich kaufe mir dann doch lieber wieder ein iPhone. Ich bin mal sehr gespannt, auch was ihr natürlich in den Kommentaren sagt. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal für viele weitere Technik-Videos, wie zum Beispiel auch einige Videos über das Honor 8, was ich hier im Studio habe und teilt dieses Video auf Facebook, Twitter, Google+, wo auch immer, damit auch die Leute aus eurem Freundeskreis Bescheid wissen, vor allem auch diejenigen, die vielleicht ein Note 7 haben oder sich ein Note 7 kaufen möchten. Dies beendet dann auch schon das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.